Tecnogaz KiriCard Einschalten Auf der Rückseite des Pedalanschlusskabels befindet sich die Einschalttaste. Durch Drücken des Knopfes wird der Card eingeschaltet und die Flasche unter Druck gesetzt. Auf der rechten Seite des Wagens befindet sich die Flasche mit destilliertem Wasser. Auf der linken Seite ein kleiner Knopf zum Anheben und Absenken des Wagens. Auf der Vorderseite befindet sich der Touchscreen mit allen rotierenden Instrumenten. Auf der rechten Seite des Wagens. 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 ub-